hallo mein name ist martin willkommen zum zweiten teil von dem bücherregal ich habe das letzte mal gezeigt die ganze vorbereitung zuschnitt und so weiter das hätte noch hier noch mal für alle die das noch nicht gesehen haben und jetzt mache ich da weiter wo ich letzte woche aufgehört hat das heißt ich bin jetzt hier schon wieder an der falschen stelle in der zeitschiene ich muss noch ein stück zurück so ein neuer tag ich bin jetzt wieder hier in alter frische ja die platte habe ich jetzt noch mal geschliffen es ist okay ich bin mit dem schliff zufrieden inzwischen und jetzt geht es darum hier den ganzen schleifstaub noch mal rauszuholen aus der fläche das mache ich mit einer mit einer kopfdrahtbürste die sieht dann so aus habe ich schon mal gezeigt damals beim meisterstückbau ich denke das video dazu könnte auch noch mal hier verlinken ist das die seite oder der seite ist links links hier oben also mein links genau jetzt wird das nochmal ausgewürstet und dazu setzen wir noch mal meine maske auf ich weiß gar nicht ob ihr den staub überhaupt seht da hier rauskommt so sieht das dann aus und dann geht es jetzt hab ich jetzt weiter mit der farbgebung das ganze wird es gebeizt weil es farblich an ein bestehendes möbel angepasst werden soll was dann praktisch daneben steht und deswegen wird das noch mal bis hinten in der farbe verändert das hier ist mein musterstück das ist der farbton da soll es hingehen ja mal gucken ob es klappt so ist hier große überraschung ich habe die ganzen platten jetzt mal gebeizt das regal soll so aussehen und jetzt habe ich aber das problem dass der erste auftrag mit der beize zu hell war das ist dieses hier das ist die eine wand die an die zimmerwand kommt das heißt das sieht man nicht die fläche deswegen habe ich nur einmal behandelt und jetzt hier beim zweiten mal kommt dieser dunkle ton und das ist näher dran an diesem braun er sieht es mit der kamera ein bisschen anders aus ist aber so ja jetzt habe ich das ganze noch mal hier zu schleifen ach den ersten auftrag mit dem öl habe ich auch schon gemacht genau jetzt habe ich den zweiten ölauftrag zu machen dann gucke ich mir noch mal an wie die oberfläche aussieht und kann man eventuell sogar schon verleihen jetzt spreche ich das ganze noch mal neu mit dem öl hier das ist wieder das segelöl von lebos auf lange basis das wird auch mal eingestrichen mit dem pinsel schön dick nicht schön dick aber dann noch schön verstreichen ist auch schon interessant zu beobachten ich weiß nicht ob man das auf der kamera sieht dieser farbunterschied von dem geschliffenen zu dem frisch geölten bin mal gespannt was dann bei rauskommt wenn es trocken ist aber ich denke das ist dann an dem muster schon sehr nah dran das habe ich ja noch gar nicht gezeigt ich habe hier original gurkenwasser dafür ja hier sieht man zum besten so und dann nach 10 15 oder auch 20 minuten trockenzeit wird das ganze wieder abgewischt hier die überstünde werden abgenommen sonst gibt es keine vernünftige schöne oberfläche ja hinter mir seht ihr hier schon die erste seite das ist jetzt die außenseite zur wand zu und den ersten korpus werde ich jetzt verleihen also dann los geht's oder ja das hat ja ganz gut geklappt oder dann wollen wir hoffen dass das nächste dann auch so gut funktioniert auf geht's so das auto ist fertig beladen da können wir jetzt nochmal ich mache einen zeitsprung da bin ich gleich beim kunden bis gleich und das ist jetzt hier dieses gestell für den ausklapptisch von der gartenbank sag mal was machst du denn hier du spoilerst mir hier das ganze video entschuldigung da bin ich ein bisschen zu weit gesprungen komm geh zurück in dein eigenes video ja ich versuch's nochmal was du bist gleich sachen gibt's so da bin ich doch wieder richtig gelandet naja nach der kleinen fehlleitung von eben aber gut das regal steht jetzt wir haben es jetzt aufgebaut habt ihr gerade gesehen wie das aussieht das ist ich das ist Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.